Hey Leute, willkommen zum neuen Video. Heute ist mal wieder ultra schlechtes Wetter, es regnet schon die ganze Woche und ich wollte trotzdem noch ein Video machen. Deswegen mache ich heute so ein Bike Hack Video, so kleine Tipps und Tricks, um einfach mit dem B-Mix ein bisschen besser klar zu kommen. So, kurz bevor das Video losgeht, nochmal kurz eine Info. Ich werde am Ende nochmal kurz eine Szene einblenden mit allen Werkzeugen, die ich benutzt habe, dass ihr nachgucken könnt. Also, falls ihr die nachmachen wollt, könnt ihr schnell ans Ende spulen und gucken. Und sonst, wenn ihr die Hacks erstmal sehen wollt, am Ende blende ich nochmal alle Werkzeuge ein. Und jetzt fangen wir an mit den Bike Hacks. Und zwar habe ich mir neue Griffe bestellt. Und zwar, die meisten Leute werden einfach so mit einem Messer oder was weiß ich, so einen Griff aufschneiden, weil man kriegt Griffe einfach ultra schwer runter. Dann gibt es noch die Möglichkeit, man kann einfach die Griffe so nach hinten rollen, so aufrollen, einfach so. Und am Ende rutschen sie runter. Aber das ist auch ultra anstrengend. Und die Griffe können trotzdem kaputt gehen. So, ich werde jetzt den Griff hier runter machen. Und mein Trick ist es einfach, mit Bremsenreiniger oder mit WD-40 unter den Griff zu spüren. Ich benutze meistens den Imbus, mit dem ich meinen Barent weggemacht habe. Ich stecke ihn einfach hier so unter den Griff. So, wie ihr es sehen könnt, ist der Imbus ganz unter meinem Griff. Und dann sprühe ich einfach so ganz bisschen, wirklich nur einen kleinen Spritze so. Das reicht. Bremsenreiniger da rein. Und dann kann man den Imbus so um den Griff drehen. Nochmal ein bisschen tiefer reinstecken, nochmal ein bisschen drehen. Und wenn es immer noch nicht geht, dann kann man immer noch auf der anderen Seite den Imbus reinstecken, so wie ich es jetzt hier mache. Einfach von innen nochmal. Und dann nochmal das gleiche, so ein bisschen drehen, dass sich der Bremsenreiniger komplett verteilt hat. Und dann flutscht der Griff so wie von selbst einfach runter. Man muss nicht mehr viel ziehen. Jetzt habe ich ein bisschen zu wenig benutzt. Aber der Griff flutscht einfach runter. Er ist nicht mehr am Lenker. Er ist immer noch ganz. Das heißt, falls die neuen Griffe nicht so gut heben oder so, kann man immer noch die alten benutzen. Und ja, man zerstört seine Griffe halt nicht. Dann habe ich ja hier meine neuen Griffe. Und dann mache ich es einfach genau gleich. Ich nehme den Griff, sprühe ein bisschen Bremsenreiniger, so ganz leicht. Wirklich nur ein, zwei Tropfen. Lass es durchlaufen. Dreh dabei den Griff, dass es überall hingeht. Und dann kann man ihn einfach so ohne Probleme auf den Lenker schieben. So, ich nehme meistens ein bisschen weniger Bremsenreiniger, als ich eigentlich bräuchte, weil dann ist der Griff schon trocken. Also Bremsenreiniger verdunstet ultra schnell und das wäre eh in zwei Minuten erledigt. Aber so benutze ich ein bisschen weniger und ist einfach schon beim Draufziehen eigentlich trocken. So, ich könnte jetzt einfach direkt losfahren und die Griffe sind fest. So, ich habe die Griffe jetzt wirklich gerade erst montiert. So, hier sind noch feuchte Tropfen vom Bremsenreiniger. Und sie sind schon ready zum Radfahren. So, als nächsten Bike Hack habe ich so ein Problem, das so ultra viele Leute haben. Und zwar den Vorbau wegzumachen, wenn irgendwas ist. Wenn sie die Gabel wechseln wollen, ein neues Steuersatzlager oder nur einen neuen Vorbau. Es ist einfach, wenn man einen Vorbau festgezogen hat, ist er meistens ultra verklemmt und man kriegt ihn nicht mehr weg. Und zwar befindet sich die Lösung für das Problem in meinem Geldbeutel. Ich habe nämlich so eine Messingmünze. Ihr könnt das auch mit einem 5 Cent Stück oder sowas machen. Ich benutze so eine Goldmünze von Hans im Glück. No Placement an der Stelle. Wenn ich den Vorbau löse, also das solltet ihr alle beachten. Erst die seitlich aufmachen, auf beiden Seiten. So, einmal hier und auf der anderen Seite. Und dann erst die Top-Bolt, weil sonst macht ihr da was kaputt. Ich mache jetzt erstmal hier die Schrauben auf. Zack. Zack. Und für diesen Hack ist es extrem wichtig. Ihr könnt so einen kleinen Imbus benutzen, damit kommt ihr schneller an die Schrauben. Und zwar dreht ihr beide seitlichen Vorbauschrauben komplett raus. Einmal die obere. Und dann noch auf der anderen Seite die untere. Also wenn ihr den Steuersatz nur festziehen wollt, einfach dass ihr es nicht mehr knackst, dann reicht es, wenn ihr die leicht öffnet und einfach den Top-Bolt festzieht. Aber wenn ihr den Vorbau wegmachen wollt, macht ihr erst die seitlichen. Also mit der Technik, wo ich jetzt mache, komplett raus sogar. Dann öffnet ihr den Top-Bolt. Dann dreht ihr die obere Schraube raus. Die geht bei mir recht easy, also ich kann die einfach mit der Hand rausdrehen. Und jetzt kommen wir zu dem Bike-Hack. Und zwar schraubt ihr eine von den zwei Schrauben, die ihr rausgemacht habt, schraubt ihr von der gegenüberliegenden Seite, weil da ist das Gewinde, schraubt ihr quasi falschrum rein. Und sobald, jetzt müsste es gleich so sein, sobald ihr hier seht, dass das Gewinde rauskommt, dreht ihr wieder ein bisschen zurück, nehmt eure Münze oder euer 5-Cent-Stück oder sowas, steckt es da dazwischen und dann müsst ihr so mit eurem Imbus nochmal so ein, zwei Umdrehungen machen. So eins, ah, jetzt ist mein Vorbau schon ultra locker. Und dann flutscht er einfach nach oben weg. Das ist einfach so ein Heck. Ihr seht, die Münze ist immer noch da drin. Und genauso könnt ihr ihn auch wieder einbauen, euren Lenker. Einfach das einsetzen, die Schraube wieder lockern. Zack, die Münze raus. Und dann müsst ihr die Schrauben einfach wieder regulär von rechts und von links in den Vorbau einschrauben. Mein nächster Bike-Hack ist für die Leute, die lockere Ketten fahren, so wie ich. Ich fahre einfach so, absolut keine Kettenspannung, die Kette wackelt komplett rum. Und da ist meistens das Problem, dass ultra schnell der Rahmen unter der Kette extrem verkratzt. Einfach weil die Kette die ganze Zeit durch die Sprünge auf den Rahmen schlägt. So, mein Trick ist einfach, ich benutze so ganz billiges Isolierband. Das ist einfach so Klebeband. Also das hat jeder in seinem Werkzeugkoffer. Das ist einfach so gummiartiges Klebeband. Und da klebe ich einfach ein, zwei Streifen hier unten an den Rahmen. Weil dann kann die Kette hier so rumschlackern und beschädigt den Rahmen nicht. Dieses Isolierband ist so relativ fest, also das hält schon ein bisschen was aus. Und wenn das halt mal durchgeschlagen ist von der Kette, könnt ihr einfach eine neue Schicht drüber machen. Oder das alte weg und ein neues drüber. Und ihr seid eigentlich safe. So euer Rahmen wird nicht so krass von eurer Kette verkratzt. Und ich mache das eigentlich bei jedem Rahmen, den ich kaufe. So, mein vierter Bike Hack ist eigentlich ultra simpel. Also ich, sobald ich ein neues Pedal kaufe, mache ich, wie ihr sehen könnt, hier so einen farbigen Streifen drauf. Auf der anderen Seite ist das nicht. Und das ist, weil beim Cridenten, also das ist nur für die Streetfahrer, beim Cridenten nutzen sich halt hier die Pins ab. Auf der Seite, wo halt unten ist, auf der Körb. Und ich mache das so, jetzt habe ich halt die Farbe genommen, mit der ich meinen Rahmen lackiert habe. Da habe ich einfach so einen kleinen Spritzer aufs Pedal gemacht. Das geht natürlich auch mit einem Edding oder mit einem farbigen Stift einfach. Der muss halt wasserfest sein. Sonst ist der nach dem ersten Regen direkt wieder weg. Aber, damit könnt ihr so eine Seite markieren. Je nachdem, wie ihr es schöner findet. Entweder die Seite, wo ihr draufstehen wollt. Oder die Seite, wo ihr nicht draufstehen wollt. Markiert ihr einfach. Dann stehe ich einfach immer auf der Seite, wo angemalt ist. Mit meinem vorderen Fuß. Und die andere Seite kann abgegrindet werden. Und ich habe immer noch Crip auf meinem Pedal. So, wenn man es nicht macht, steht man auf der Seite, mal auf der. Irgendwann sind beide abgegrindet. So hält das Pedal einfach länger. Und man hat immer guten Crip. Für den letzten Bike Hack befinden wir uns hier im Badezimmer. Und zwar, wer kennt es nicht, ihr arbeitet die ganze Zeit an eurem Fahrrad. Eure Rände sind ultra fettig. Vielleicht habt ihr noch was an der Kette gemacht. Und es ist einfach richtig schmierig. So, bei mir ist das jetzt zum Glück nicht der Fall. Aber, es gibt eine einfache Lösung. Erstmal benutzt kaltes Wasser. Weil irgendwie, wenn man warmes benutzt, öffnen sich die Poren und der Schmutz geht erst richtig in die Haut rein. Wenn ihr kaltes Wasser benutzt, bleibt das Fett einfach auf der Haut. Und ihr könnt es easy abwaschen. Wenn ihr habt, könnt ihr so Hornseife benutzen. Dann geht es ultraschnell. Wenn ihr sowas nicht habt, benutzt einfach so Jodsalz, Tafelsalz. Das ist einfach wie so ein, es schleift einfach so ein bisschen mehr den Schmutz weg. Saugt ihr noch ein bisschen auf. Dann noch mit Seife nachspülen. Und dann ist alles in Ordnung. Und dann werden eure Hände einfach easy sauber. So, das waren jetzt meine 5 Bike Hacks. Ich zeige euch jetzt noch schnell meine Tools. Und zwar, hier habe ich alles aufgelistet, was ich gebraucht habe. Einmal hier so dieses Salz zum Händewaschen, Bremsenreiniger. Oder WD40, funktioniert beides. Die Farbe zum Pedal markieren. Das sind zweimal ein 6er Imbus. Einfach einmal zum Aufmachen und einmal zum schneller rausdrehen. Einen 4er Imbus zum Baden zu öffnen. Die Münze, um den Vorbau zu öffnen. Und hier das Isolierband. Ich hoffe natürlich, die Life Hacks haben euch ein bisschen weitergebracht. Die Bike Hacks. Dann hoffe ich noch, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.